what up boys und willkommen zu einer weiteren runde brod tattoo hier auf meinem kanal heute spielen wir den stier ja weil den muss ich noch ein bisschen was heißt einmal durchspielen ja weil dann wird wahrscheinlich ein item freigeschaltet aber ja ich weiß noch nicht welche weil es was wirklich auch ungern danach sage ich ehrlich wie dies ja aber der stil der spielt sich wieder bis wieder soldat vom letzten mal sehr unterschiedlich ja spieler unterschieden auf jeden fall beim schießt dazu man beginnt mit 20 mehr max lp 15 generation und zehn rüstung was natürlich schon sehr sehr das sind das sind es jetzt ja normalerweise bei stufe zwei oder drei am ende weiße also also 20 max lp kann man ein bisschen mehr sein die lp generation modifikation werden um 50 prozent erhöht das heißt neben der traurige tomaten nicht 8 sondern 12 und man explodiert für 300 prozent vom nahkampf range und elementar schaden oder prozent und da ging dann die gegner um uns herum ich schätze nämlich dass wir auch mit dem stier am ende auch hier den töte mit einer einzigen ist 15 gegner kollegen anlocken können und das ding bei dem bray ist du kannst keine waffen ausrüsten ja also das ist jetzt ein bisschen rein geredet ein bisschen auf die fresse geschlagen weiß wie ich mein aber das wird schon hat gehen wir hin da war natürlich gefahr zwei weil wir wollen schon noch einen coolen die gegner noch irgendwann bekommen so ich hätte jetzt gesagt ein bisschen auf speed bauen die erstmal ansammeln weil ich brauche ja nicht sofort rein rennen ich weiß ich habe ich regeneriert zwar aber ich werde warten dass ich da mal so gut rein halten kann so hier zum beispiel sehr schön okay das ist ja folge natürlich wir wollen items haben die 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 uns explosions radios erhöhen allgemein fernkampf nahkampf elementar schaden ist immer gut dadurch ist das prozentual ist nicht gesagt wir gehen eher auf nahkampf schaden weil das immer in zweiter schritten hoch geht aber hier erstmal ernt ist immer nicht verkehrt bei solchen helden aber ich würde gerne auf glück gehen falls das kommt das glück packt glück niedliche affe ist habe ich bei solchen auch ziemlich ziemlich stark gut holzkohle natürlich eine mögliche auf die zukunft sehr gut und mehr heilen durch wie ja das brauchen wir glaube ich jetzt nicht wollen wir sterben mit einem einzigen treffer ja wird er werden sterben wir haben sehr viel maxp das kümmern wir verpackt man seltsam geist noch der ob ich auch was soll also wir sammeln jetzt erst mal ein bisschen an wieder so zusammen kommen 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 bisschen voller ein wind dessen einmal rein zweimal rein dreimal rein noch mal rein noch mal rein noch mal irgendwie man heilt sich besser als ich gedacht hätte also man kann schon relativ oft rein ausweichen wollen auf gar keinen fall zumindest ist nicht in hohem wassen rüstung ist natürlich wiederum 1 a nix glück glück ist erst mal hoch explosions schaden ist sehr gut das genau was wir brauchen nehmen wir mit der rest interessiert uns tatsächlich gar nicht wir können das nicht wie wollen so ein schritt aber wir kommen sehr gut klar auch jetzt nicht momentisch auf items wie wollen so soll die mal ein bisschen an weil so kann ich auch dann versuchen diesen einen neuen charakter freizuschalten weiß ich genau was er macht wo der heißt aber ich weiß der ist da und den will ich haben so pop 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 da ist er schnell als man gedacht hat jetzt kann natürlich bist du mir auf geldfarben spielen 74 ist nicht verkehrt für welle drei ende ja das sind die frage war schon viel auf schaden gehen will ich glaube ich geben noch mal schaue ich ob ich auf richtig ist auch nicht schlecht drei technik na einmal werde ich noch ja das glück bisschen glück nehmen mal mit wichtig wichtig noch mehr glück ok 20 glück ich glaube fürs erste sind erst mal gut aufgestellt muskelpots auch sehr gut mit ist auch sehr gut also wir packen mütze und endlich über die holzkohle ja natürlich sehr gutes max live ja diese fernkampfecher werden uns auf dauer probleme machen weil die rennen halt vor allem weg und wir müssen auf jeden fall geschwindigkeit aufbauen oder die irgendwie um singelt bekommen wenn der schaden den wir kassieren ist jetzt noch in ordnung das ist nicht die welt ok der ist echt entspannt als gedacht habe also ich meine gut die müssten auch irgendwie der lage seien im besten fall die fünfte welle wenn ich mal stufe 5 zu überleben und nein ich brauche das vom spiel auch ein bisschen lauter ich hoffe das ist jetzt besser ja außer ich kümmere komplett auf kacken in dem elementar mehr lebensregeneration wenn glaube ich werde aber ich dem erst mal ernte ich will nicht im minus ernte bleiben ja danach scheint es natürlich links ist sehr gut aber 15 prozent xp gewinnen ist schon interessanter hat nehmen wir trotzdem jetzt mal mit ich glaube ich hätte genug geld haben können die nächste runde da müssen alles zusammenziehen das ist immer ein bisschen man kann auf jeden fall noch einiges win maxen bei dem mit wie viel schaden man kassiert und wie viel man tötet deshalb einfach ein bisschen vor ist ein bisschen mehr speed auf jeden fall auch bald weil die gegner da sind wir nur ganz wenig st und dann ist nicht viel aber der seite schon bekommen natürlich glück spielt auch eine rolle für item drops von hell von bäumen hat sich ja auch von bäumen also von monstern das thema durch das free damage upgrade hat ganze das bringt erstmal nix da sehe ich mich bei technik tatsächlich eine technik erhöht unser schaden gar nicht aber habe mich vertan nach am schaden ist gut das nehmen wir mit mehr bäume und immer gut mehr ep ist sehr schön das ist gut mehr gegner das ist jetzt auch wieder so eine es könnte halt wieder so eine kleine falle sein will man mehr gegner haben oder nicht und ich weiß noch nicht ob von zentraler schaden auf uns wirkt deshalb ich werde das mal sperren und gucken aber eigentlich sollte das aber wir haben jetzt schon aber 83 jahren ist glaube ich polizei schon ziemlich alles was wir begegnen werden zu monaten weil dann ist es dann kommt noch mit dem leben auf jeden fall über die runden hat durch die traurige tomate wäre sei sehr nice weiß sogar mehrere generell sachen die max life erhöhen ich werde natürlich immer noch versuchen die bäume mitzunehmen auch wenn der typ nicht schießen kann den im wochen er wollte der flieger schon zwei ich meine dass bei dem jetzt nicht schlimmer der schon sehr selten da aber das hat auch könnte problematisch werden wenn man nicht aufpasst das für die zwei braucht wollen wir geschützt haben eigentlich gibt nur 7 ja komme ich einfach mit keine ahnung warum man nicht liegt nur um im endeffekt tempo nehme ich auf jeden fall mit und drei rüstung sehr stark wo hier ist natürlich jetzt sehr wichtig wir gucken erst mal aber mal jetzt 86 jahren habe ich mir erst mal bei die 86 wird zu 21 hat sich prozentual erscheinen ist gut dann immer auch liebes alien mit wir nehmen wir explosion schaden mit wir wollen kostet 9 findest immer sehr schön welle 11 und welle 9 werden kommen will 9 kommt immer welle 11 stand gerade unten rechts deshalb ist auch die käme ich ja nicht wundern weil ich finde bei dem spiel sollte man schon das ganze bildschirm sehen ich habe jetzt leider auch kein green screen oder sowas wo man sagen könnte ja okay man kann hat dann schön klein und transparent dem wohin tun wo es wirklich nicht stört deshalb bei potato keine facecam aber den reactions wird natürlich noch weiterhin bleiben natürlich an dieser stelle wieder noch bis hierhin geschaut habt könnt ihr gerne einen kommentar da lassen liken abonnieren meine anderen socials abchecken auf tick.com hauptsächlich shorts hat die reaction shorts vom gameplay habe ich da bisher noch nichts aufgeladen hochgeladen aber mal sehen ob sich das in zukunft ändern wird es kommt natürlich immer ganz drauf an wie sich die videos hier auf dem kanal verhalten und dementsprechend entscheide ich mich dann am ende so okay seltsamer geist noch mal sehr gut das ist im endeffekt free plus 3 lp so kostlos würfeln das auch gut das ist gut kommen wir wollen diese zwölf prozent schaden sind sehr lecker für uns glück noch mehr runter mag ich nicht die ernte mit zwei lebensregeneration sind nicht schlecht absolut nicht aber es ist ein bisschen ausweichen nicht direkt irgendwo rein weil wir haben ja auch schon gesehen es ist noch vorteilhaft wird wenn wir am anfang ein bisschen ausweichen und dann später können wir immer noch unsere fax ziehen hier mal kurz rein das ist ja kein problem wir müssen erst mal full life werden und auf jeden fall brauchen wir auch mehr lebensregeneration hier einmal kurz rein da haben wir jetzt wieder sehr viel dann gehen wir auch mal kurz durch ich habe jetzt noch nicht bis hier darauf achten können leider ob ich die großen ok die werden auch gewonnen das ist gut erst ein bisschen ausweichen soll die chargen sowieso ja hauptsächlich hinter einem ok er hat war jetzt natürlich vom geld der ok ja noch die drei müssen wir bei 15 15 es sollte immer noch der soft caps sein verteidungsgeschütz wo weiß ich eigentlich mag ich das dem mit so aber kommen wir spielen den video sein soll auf lebensregeneration ist noch mehr rüstung für schaden das ist auch nicht verkehrt als nur drei prozent schaden verlieren für zwei rüstung jetzt kann man natürlich gucken ja hatte ich gehe mal kurz mit der maus hier ist ja die rüstung 50 prozent weniger schaden mit 15 rüstung aber wenn ich das jetzt nehme dann ist nur 53 also ab 50 gibt es pro rüstungspunkt nur noch 1,5 prozent schaden weniger weil es ein sehr sehr gering das haben natürlich ein bisschen mehr puffer wir können auch jetzt auf sachen gehen die minus rüstung geben und vielleicht was anderes gut sind er fällt jetzt sofort nicht sein weil normalerweise nimmt man ja nichts mit minus rüstung so wirklich jetzt sieht man durch die horde die klebt ein bisschen guter marsch muss man die auch ein bisschen abarbeiten ich brauche ich meine lebensregeneration was ich dabei sehr ist gefällt mir ja blutkoppeln nämlich wir dürfen natürlich den namen schon sagt garantiert eine kiste gattet loot ein bisschen weglaufen aber drei kisten drei items das ist schon hammer naja schaden erhöhen wir auf jeden fall glück nehme ich mit reichweite brauchen wir sowieso nicht sechs nahkampf schaden ist lecker sechs max lp sehe ich mich eher und 15 klingt auch sehr gut weniger gegner wollen was wollen wir nicht ist sinnlos elementar schaden dafür wird restrutsch geschraubt weiß ich nicht glaube ich nicht ja das ist sehr gut lebensregeneration können wir ähnlich recycler maschine sehr stark so jetzt kommen natürlich die sagen dass das gegen tempo minus das ist an sich gut weil die fremd steigt ab für 80 die menschen für 2 prozent und das sehe ich mich nicht aber bei der glaskin und sehe ich mich sehr obwohl brauche ich mehr schaden das ist jetzt auch so ein punkt wo ich mir denke brauche ich überhaupt noch schaden wir haben ja schon 173 damage das ist schon echt viel ja wir wollen wir schauen wir können auch die gegner müssen langsamer machen wenn es da ist der mal mit schmupps eigentlich sehr cool aber gehört finde ich jetzt nicht in diesem war wohl was halt schon viel damage unter die welle sollte nur halbwegs entspannt sein aber danach die wellen werden auf jeden fall bisschen kritischer wo wir nur so kleine kommen ist entspannt hier war hat explosions größe das macht sie sehr viel aus bei dem weil die größer unsere explosion ist das mehr kennen wir mitnehmen und desto weniger rennen wir hintereinander den gegner ein ja gut generell gesagt auf mehr lebensregeneration wäre nicht schlecht noch weil mir ein bisschen zu langsam obwohl ich habe nur 27 aber man wird ja auch nicht das ganze knapp gestalten kann man durch gut aufräumen und man kann natürlich auch versuchen immer sich also immer gegen die kleinste und den schwächsten gegner zu kommen dann kann man auch das ist hier dann kann man auch sehr viel über natürlich weniger schaden und explodiert trotzdem macht trotzdem damit ja schon gerade ist eigentlich immer nur bräner für mich so lange nicht ein halbwegs im bild habe wo man geschwindigkeit gewonnen kann nämlich das mit das ist nicht gut aus das ist natürlich jetzt sehr schön flossen mit tempo das nehmen wir mit tempo schaden macht das eigentlich auch gut ja ich kann beides mit dem schwert auch beides mitnehmen weil ich merkwürdig sind laufen natürlich die flosse gibt der cp speed sehr vorteilhaft aber wir kennen auch die großen monaten gerade habe das gut aber wenn man gegen die rennen tut trotzdem weh ja das ist jetzt nicht so dass wir da werden können so ein rüstungs jetzt haben wir jetzt auch nicht ich weiß auch nicht ob es soweit gehen will ok wir können auf jeden fall bald mal überlegen ob wir weniger gegner nehmen weil die regeneration kommt nur sehr bedingt hinterher okay die kiste ist gut noch mehr früchte aus dem weg geringverdiener krass ok wir haben problem das ist 15 aufstieg das wird auf jeden fall lieber sein vielleicht ist es tatsächlich der call mit dem eigentlich würde ich ausweichen sagen aber da kommt nix dem tempo da ist ausweichen auch mit ausweichen sehr problematisch war das gerade und viel zu knapp würde ich trotzdem mitnehmen mit dem tempo und alles drum und dran hier ist tatsächlich nichts diese nahe kampf gegner haben beim tod zu explodieren das sollte eigentlich nichts damit zu tun die müssen jetzt glaube ich nicht mit einem projekte getötet werden das war gerade auch eine horde wir sind jetzt schon mal 12 hier sollte du jetzt etwas schläger laufen fallen wir haben auch eine gute geschwindigkeit explosions größer bauen wir immer noch wer wissen sehr hilfreich wir so wirklich sehr immer auf die kleinen gegner zu gehen wenn ich schon explodieren arbeit ist wirklich schwer aber fallen mit so vielen leuten die einen anschauen jetzt kann man ja mal rein aufräumen wenn man jetzt auch schon 300 schaden natürlich da ist halt die frage wie man es mit dem endgegner macht ob man da auch einfach blind rein rennen will oder ob man da zur not gleich safe spielt ganz lang außen rumläuft weil wenn man ganz außen rum ist ein bisschen so wie ich gerade ausweichen will dann kommt man auch gut durch dann ist man sicher drei prozent schaden immer mit wenn es für free ist sechs prozent ausweichen ist gut zerfetzen sehr gut also schätzt man dass das triggert weil wenn das triggert dann ist es sehr stark wenn ich dann aber dann ist nicht gut immer mit passt material heilen sehr schön war noch mal nehme ich tatsächlich das ist an sich nicht schlecht das an sich nicht schlecht ja immer mit gleich um den drehen runden drehen ansammeln gewinne 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 und wenn da oh ja das funktioniert da war zerfetzen auf jeden fall sehr krass ja es ist natürlich dadurch dass wir mehr über nachkampf stand gebot haben sehr lecker natürlich könnte man jetzt auch sagen das ist auch sehr stark wenn man auf baby mit bad geht bzw baby mit bad bekommt man kann ja schlecht gezielt auf items gehen dem spiel auch niedlich abwehr können auch sehr gut gebrauchen bisschen mehr wäre echt nicht verkehrt vor allem zum heilen ist ja natürlich sehr geil die 8 prozentige chance pro jetzt einmal rein war eine riesen explosions für die heilige scheiße ok das kann weg ach ja nehmen so zu wollen wenig ist alles ziemlich müll max life bisschen mehr ja niemand das wäre seltsamer geist werde ich nicht mehr mitnehmen das ist mir alles bisschen zu knapp langsam aber die tasche ist nicht schlecht damit reichweite und erntet ein also ausweichen das macht alles kaputt wenn wir max life an das tempo links abzug ausweichen ausweichen wäre sehr schön das ist natürlich auch sehr stark mit das den augen sollte ich immer mehr gegner die dann umgebracht werden die die auch explodieren könnten und alles erst nämlich auch mal mit zum sicher zu spielen die ist natürlich ein bisschen problematisch was cool wäre bei dem muss man aber auch sagen wenn man sich selber mit einer taste schaden zu füllen könnte solche mit a oder sowas also auf der kontrolle oder das ist eigentlich egal was das das ist das was ich der schaden zu füllen kann so dass man auch gezielt sich sprengen kann das wäre interessant natürlich wäre das bisschen wo ich weiß ob man es leichter finden kann wie man anders zu spielen konsumer ist natürlich jetzt auch sehr schön das ist sehr geil ich wollte das ich wollte gerade sagen da liegt immer sehr viel auch wenn das minus 12 tempo gut ich werde das mitnehmen mit sift relikt da ist okay baby bat ist geil aber es ist jetzt viel zu wenig schaden also wir haben mich darauf gebaut wer macht es auch komplett sinnlos anders tempo wollen wir nicht ausweichen ernte weniger schaden weiß ich nicht sehe ich mich nicht Tempo technik Tempo gefällt mir Ich würde max lp nicht gegen lebensregeneration austauschen Bloss ist auch so eine sache Ist geil Mehr damage mehr Speed Aber es ist im Endeffekt nur 10% Tempo Minus Glück das ist nicht schön nochmal okay das beides sehr nice ich nehme die lebensregeneration mit wir sind wir schon gecapt ich glaube nicht nein ja maximal 3,4 also ich habe 3,4 das ist nicht gekämpft tatsächlich ach ich habe das auch gekämpft ja okay nur lebensabzug ist gekämpft tatsächlich als lebensregeneration geht steil das ist da gibt es gar nicht du da wird geballert die geschütze also der geschütze das ist ja nicht natürlich man kann jetzt auch ein bisschen die edi nahung nutzen wir schießen ja auch ab und zu mal raus da gibt man es dann können auch gegner damit explodieren so die wollte ich mal kurz weg räumen bevor hier ja aber sonst muss man schon ein bisschen aufräumen hier weil das wird übel boah lebens oh oh nein oh boah 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 ich brauche ausweich boah ich weiß auch ausweich rüstung irgendwie alles so max life weiß ich noch nicht das ist das tempo ist sehr gut aber warte ich wollen will obwohl ich am ende lande holy shit da ist es oh da ist beides ja ok das sehr gut so viel lebensregeneration das problem wird bald gelöst hat man sich darum kümmern doch kommt rum kommt rum kommt rum gewinne ok die klinge noch nicht gewonnen tatsächlich wenn die gebaut sind vielleicht mit so doppel explosion oder so aber da wir halten uns auf jeden fall um einige schneller ein bisschen mehr ansammeln wieder kennt man ja ich bin wieder full life ein bisschen rein vor allem die los werden diese komischen buffer oder pisser hier machen wir kurz rein das ist natürlich vorteilhaft ist das durchaus sind verliegt haben wir natürlich 12 prozent speed und gleichzeit 12 prozent schaden verloren aber wir verlieren wir lassen keine items für wirklich liegen sondern wir machen wir ziehen alles an ja man merkt schon die gebaffen die tun schon ein bisschen weh gehen wir hier kurz rein paar ein bisschen heilen noch hier auch ein bisschen heilen hier vielleicht auch nochmal kurz durch ok ja glück also das ist schon wieder 100 prozent lila ja dann würde ich schon ausweichen sehe ich mich echt klar man kann ich mir gezielt explodieren und viele balle ok dem bereichweite ja tempo ist halt echt nice aber echt kein muss lederwest ist dafür aber ein muss projekte können durchdringen was du dich damit brandschaden naja mal jetzt jetzt ist ein angenehm wir wollen das item was blutfusion ist glaube ich oder so was doppelt so schnell lebensregeneration gibt wenn man half life ist das wird auch sehr viel ausmachen da wird auch sehr viel retten weil hier merkt man schon da muss man auch mal zweimal rein dann zwiebelt das gut also ist ungeil oder mehr alien dann ist halt natürlich auch eine andere art von schaden wir rennen jetzt ein bisschen mal ein bisschen hier rein auf explosion hoffen also auf weitere explosion hoffen kick schon teilweise 20 schaden also so geil ist das jetzt gerade nicht am anfang war es natürlich ein bisschen entspannter aber wir gehen mal kurz hier abarbeiten hier zack oh da ist noch ein blutkorb in dem fall mit bei dem ist gerade natürlich wir sind an so einem punkt wir kriegen leben dafür dass wir schaden anrichten aber auch gegen schaden dafür dass wir wir heilen uns für schaden wir machen aber auch schaden durch damage kassieren mal sehen das ist sehr geil davon ist jetzt gegen ende das lohnt sich nicht mehr so krass ja das war mir der medaille ist insgesamt sehr gut kopfverletzung prozentualer schaden immer lecker reichweite leben hat warum alles nicht mehr leben mehr 7 prozent mehr schaden ist schon ordentlich aber das kann man gegen ende auf jeden fall überlegen sehr starkes item nahkampf fernkampf ernte tempo reichweite auch immer gut 43 tempo ich weiß noch gar nicht was mein höchstempo war bisher so die buffer müssen weg wir gehen auch gezielt an die sind natürlich ein bisschen rennen jetzt ja wir haben schon so eine geschwindigkeit das ist schon ein bisschen ehrenlos aber man sieht wir können auch nicht mehr so gut gezielt explodieren aber diese ganze perfekt in die menge und nein das ist ein bisschen ja äh in die menge und hat sich hochjagen äh ist nicht drin wenn man es vielleicht von anderen bereichen im leben muss den medien kennt ja 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 das ist ein karte wo bin ich denn da habe ich mich rein verwickelter äh fernkampf schaden das brauchen wir nicht kritisch war uns genauso will lebensregeneration rein da eine will warte ich noch für das item itempreise sind immer gut äh ne ja das könnte sich lohnen ja kommt free roll warum nicht das nehmen wir noch gleich mit die zweites wären schon mal so die hauptdinger wie gesagt die flutfusion heißt glaube ich das wäre super zu bekommen kriege ich gerade aber nicht ich hoffe mal in der letzten runde weil die blutfusion ist immer noch lieber als die hand stellen obwohl die hand stellen natürlich geben 24 punkte schaden das natürlich mal drei ja das ist dann schon 48 72 und da drauf noch 111 prozent also auf was war das äh zwar 8 24 24 27 12 114 ungefähr ja so um viking ungefähr dadurch 130 schaden für die explosion das ist das ist ein riesen sprung deshalb wird darauf dementsprechend auch mitgenommen wahrscheinlich ok jetzt hoffen wir ein bisschen mehr aufs ausweichen jetzt wollen wir nicht mehr explodieren i can move it move it anymore ja manchmal reicht auch so einzelne kontrollierte explosion und hier einmal abzusagen 728 das ist schon sehr lecker eine idee das kommt zu spät das kommt auch zu spät ok das letzte was könnte sich jetzt prozentual funktioniert ausweichen natürlich 6 prozent ausweichen ist nicht wenig wir werden erstmal mein max cp mal höher bringen auch lebensregeneration hier auch gut 198 dafür wir werden weniger gegner nehmen ist die letzte runde ein bisschen was man da vielleicht entspannt hat 2 1 das tempo ausweichen ja ist absolut müll gar nichts nachkampfschaden max cp 139 kostet das ja dann nehmen wir noch das auch mit einmal wir wollen zu gucken wäre nichts besonders gekommen so jetzt kommt die letzte welle ich gucke mal also ich könnte mir vorstellen dass es klappt wenn man einfach in den boss rein rennt ja wir haben immer noch 125 lieben wir haben wie viel damit ist das 628 schaden also ich glaube man kann nicht schon ein bisschen behindert schlagen aber mal gucken erst mal voll ein bevor irgendwas wo es passiert sicher kurz spielen so jetzt gehen wir da rein ok so viel schaden ist das tatsächlich gar nicht wie ich gedacht habe ich hätte gedacht was macht man macht schon ein bisschen mehr damage ok dann hat es jetzt schon für mich erledigt in den boss rein zu rennen jetzt haben wir die natürlich ein bisschen auseinander genommen das jetzt das ist jetzt nicht klein vielleicht lohnt es sich den so in der menge mal hoch zu jagen ich weiß aber nicht ob es immunity frames gibt leider aber ich schätze mal tickt ja nicht die ganze zeit runter boah der macht halt 14 schaden also wir können dann so fünf sechs mal den treffen danach wird's eh 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 ich will auch nicht zu nahe gehen weil die 20 sekunden mit der lebensregeneration mit dem max live kann man überleben wenn man nicht umspielt man muss den boss der in dem spiel auch nicht besiegen überleben ist okay weil ich natürlich erst ein bisschen aus einfach sterben kann man jetzt nicht mehr da ist der abi geschafft werkmeister 175 und siebzig prozent explosions kürze für export kürze pro ein elementar schaden minus 100 schaden wir rüstungs weniger 50 prozent und der gnome 3 gestalten nahkampf schaden 5 elementar schaden sehr interessantes bild da kommen wir schon ein paar geile sachen in den kopf minus reichweite sammeln reichweite okay das ist interessant naja das ist noch jetzt geschafft die stiere ist auf level 2 jetzt auch noch den masochist nennt man ihn so ich schätze mal und den werkmeister werkmeister der wird glaube ich als nächstes kommen weil ich habe echt bock auf explosionswaffen vor allem weil wir den soldaten nicht gespielt haben ja so es wird auch noch kommen und dann tatsächlich wenn wir die reichweite auch irgendwann geknackt haben werde ich dann versuchen mir einen auszudenken mit einem gewissen bild dass wir die welle 5 für die stufe 5 schaffen gefahrstufe 5 und danach wird alles auf gefahrstufe durchgespielt ich hoffe ihr hattet spaß ihr könnt auch gerne auch beim tisch vorbeischauen zurzeit wird ein bisschen weniger gestreamt aufgrund von der prüfungsphase von am an der universität aber das ja auch irgendwann vorbei weiß wie ich meinen so ab dem zehnten märz ungefähr werde ich auf jeden fall ein bisschen öfter umgehen da werden auch mehr videos kommen da werden mehr chance kommen vor allem schätze ich mal mit dem kollegen auch armit kennt ja schon von den reactions mit ihm werden wahrscheinlich sogar videos kommen aber ich finde nichts versprechen nur mal andeuten advers vielen dank fürs zuschauen wir sehen uns beim nächsten mal oder rein